Willkommen zurück bei Hornberg, wo meine Frau die Stellung hält, Lady Melissa Florent in meinem Namen, denn ich, Lord Randall Tarly, befinde mich in Königsmund. Ich habe gerade den Choss beim großen Turnier gewonnen, aber das war es noch lange nicht. Es wird hier noch weiter gehen. Es werden noch mehrere Wettkämpfe auf uns warten. Es wird also ein Bericht des Wettkampfes werden. Und wir sollten jetzt natürlich auch mal wieder für das Tournai die Turnieranlage genauer untersuchen. Los, Unglück, flieg schneller, höre ich die Stimme eines Mannes über das Gelände hallen. Ich blicke auf und sehe ein kleines Ding, das wie ein winziger, schwarzer Blitz über den Himmel zuckt. Bald darauf stürzt es auf eine Ziellinie zu. Pah! Ihr habt geschummelt! Euer Vogel kann nicht so schnell fliegen! Seht ihn dir euch doch an, es ist so schwer wie ein Stein, schreit der wütende Verlierer. Hm. Doppelt oder nichts, noch einmal. Finde ich gut. Doppelt oder nichts, noch einmal. Ich wette darauf. Ha! Ihr gewinnt die Wette. 20 Gold. Sehr schön. Da nimmt man doch gern diesen Leuten ihr Geld ab, mit diesen Wetten. Die Punkte von Lord Ronald steigen. Teilnahmegebühr. Ha. Nun gut, wir werden mal wieder ein bisschen Demut zeigen. So kurz vor Sonnenuntergang ist der Platz um das Gotteshaus, die Septe Menschen leer. Ich höre ein Rascheln in den Blättern und sehe den Umriss eines kleinen Tieres, das zwischen den Grabsteinen umherläuft. Bei einigen der Steine sind die Gravuren schon fast verschwunden, bei anderen deutlich lesbar. Ich trete einen Schritt an sie heran. Wenn meine Stunde schlägt, werde ich an einem besseren Ort zur Hohe gebettet sein als hier. Ich frage mich, ob ich einen meiner Vorfahren finden kann. Ja. Ich finde einen Ahnen in den Krypten. Ein Tali. Ha! Einer meiner Ahnen liegt hier in Königsmund, also begraben. Sehr interessant. Tatsächlich könnten wir die Chance mal nutzen. Haben die Talis einen Stammbaum? Ja. Tatsächlich. Oh, ich hatte einen Bruder, der ist verstorben. Wie starb er denn mit 23 Jahren? Wurde von König Robert, der König der Würfel, ah, in ein Duell erschlagen. Ach du Schande, okay. Dann sind wir vielleicht gar nicht so positiv gegenüber König Robert zu sprechen. Unser Vater war König Talbert Tali, natürlich TT. Aha, auch ein sehr großer, fähiger Taktiker. Lord Samwell, 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 Tali. Der war eher tatsächlich ein flüchtiger Schatten. Mit wem war er eigentlich verheiratet? Halt. Ah ne, hier war noch Lord Samson, den habe ich übersehen. Zu ihm gibt es aber keine Infos. Malora Aschfurt. Und Talbert war verheiratet mit Corinna, einer Niedergeborenen, okay. Dann haben wir hier Lord Dar- äh, Darryl. Darryl. Verheiratet mit Oranei Florent. Also das, da war schon mal eine Florent. Also die Florents haben es den Talis wohl angetan. Merilla Tali. Obsthainweg. Pallatali. Weidmann. Lord Donald, der wurde 77 Jahre alt. Und er ist sogar 79. 56, 47, die hier wurden alle älter. Aha. Der war nicht so richtig gut. Lord Alan, der starb auf irgendwie besondere Art und Weise. Wurde in einer Schlacht erschlagen am 10. Äh, des 10. Mondes. 159 nach Aegon's Eroberung. Hm, interessant. Und dann haben wir noch Lord Donald. Der wurde 47. Wie starb er denn? Unbekannter Ursache. Verheiratet mit einem, mit dem Haus Ash. Die sind auch sehr mächtig. Geht's hier noch weiter. Ja, der Vater von Lord Donald war Lord Dickon. Also einer meiner Vorfahren. Den habe ich jetzt hier vielleicht gefunden in Königsmund. Dickon. Tali. Der starb 110 nach Aegon's Eroberung. 64 nach Aegon's Eroberung war er geboren worden. Jetzt nähern wir uns langsam unseren Vorfahren, die bei Aegon's Eroberung schon anwesend waren. Lord Alistair. Der wurde 45 nach Aegon's Eroberung geboren. Das heißt, der hat auf jeden Fall seine Kinder noch alle miterlebt. Lord Talbert. Der wurde 74 Jahre alt. Der war 21 nach Aegon's Eroberung geboren worden. Also der weiß gar nicht, wie alt Aegon wurde. Hier sind leider keine Frauen mehr hinterlegt. Ein weiterer Lord Samwell, der ungezähmte Tali, starb unter mysteriösen oder unbekannten Ursachen. Der wurde tatsächlich, äh, 96 nach unserer, nach UV. Was war denn, was war denn vor Aegon's Eroberung die Zeitrechnung? Das weiß ich gerade gar nicht. UV. Aber ich gehe mal davon aus, dass er 4 vor Aegon's Eroberung, nee, es müssen ja sogar, wenn er 64 nach Aegon's Eroberung starb, im Alter von 71, dann war er ja 7 Jahre vor Aegon's Eroberung geboren worden. Also er war ein Kind. Lord Samwell Tali war gerade ein 7-jähriger Junge, als Aegon mit seiner Eroberung von Westeros begann. Und der Mann sozusagen, der das mitbekommen hatte, war Lord Oswald Tali. In der Schlacht gegen König Aegon I, den eroberen Targaryen, durch Drachenfeuer gestorben. Oha, mein Vorfahre ist also einst durch Drachenfeuer im jungen Alter von 34 Jahren gestorben. Aber er war ein Kämpfer, wie man hört, ein fähiger Taktiker. Nicht so stark wie ich, aber okay. Mehrere Töchter gehabt und eben Lord Samwell. Dessen Vater war wiederum Lord Pharon. Wurde in der Schlacht erschlagen. Okay. Vor allem wie weit das hier zurückreicht. Lord Henton Tali, Lord Samwell, Lord Roland, Lady Thamanthor. Es gab eine Frau mal. Ah, ich glaube, das war es. Der ist unbekannt. Linie von Roland, vom Horn Tali. Ich glaube, jetzt ist Ende Gelände. Ne, Roland Tali gibt es hier. Altenfürchtig. Der hat an die alten Götter noch geglaubt. Erst männisch. Aha. NZD. Was ist denn das für eine Zeitrechnung? Ah, da haben wir unseren, den Hausbegründer der Dynastie Thali. Den ältesten Thali, den man kennt. Jetzt kann ich ihn nicht mehr anklicken. Doch. Lord Henton, vom Horn Tali. Er wurde 119 Jahre alt, angeblich. War aber eigentlich ein Nichtskönner. Foul, unersättlich, ungeduldig. Ein bemühter Schreiber, aber immerhin robust. Also, von einem Taugenichts hat alles begonnen. Er wurde sehr alt. Und hatte eben mit Roland, vom Horn Tali, seinen Sohn. Geschwister. Königgard, der zweite Gärtner. Ach, du Schande. Wir sind also theoretisch noch mit den Gärtnern verwandt. Die Gärtner haben vor den Tullys, äh, nicht den Tullys, äh, vor den, ähm, Tyrells, in der Weite als Könige geherrscht, die Familie Gärtner. Als Aegon kam, wurden dann die Gärtner, ich glaube, das ganze Hausgärtner wurde vernichtet. Und die Tyrells wurden eingesetzt. Okay, soviel mal zum spannenden Familienausflug. Äh, wir machen weiter. Mit dem Turnier. In 13 Tagen geht's hier los. Ich überlege, ob wir nochmal... Ah, wir sind nicht so der Tavernengänger. Ich würde fast nochmal zur Turnieranlage gehen, ich bin ehrlich. Hier haben wir Ormen. Als Kämpfer. Ich grüße eine Gruppe Ritter, als sie an mir vorbeizieht. Ein Nachzügler lässt mich innehalten. Ich mache auf dem Absatz Kett und rufe der Gestalt hinterher. Sie trägt eine formlose, schlecht sitzende Rüstung. Die Augen starren mich weit aufgerissen und voller Furcht aus dem Helm heraus. Hier stimmt etwas nicht. Ich trete vor und reiße den Helmer herunter, doch ehe die Gestalt sich dagegen wehren kann. Vor mir steht niemand anderes als eine Frau, die sich nun ängstlich umschaut, ob der Vorfall sonst jemandem aufgefallen ist. Doch gekleidet ist sie wie ein Ritter. Anscheinend wollte sie sogar als Ritter an den Wettkämpfen teilnehmen. Ormanne oder Orman. Eine gute Kriegerin. Aber eine Frau... Ich glaube, wir sind als Randall Tarly, sind wir da sehr vorurteilsbehaftet. Ähm. Er wird euer Ritter. Nee, also Randall Tarly würde das nicht machen. Für Randall Tarly, für mich. Wir hören Frauen in Kleider, verheiratet mit Lords und nicht als Kämpfer. Wachen! Wachen! Eine Frau bei unserem Turnier! Jagt sie davon. Schickt sie zurück zu ihrem Lord, wo sie hingehört. Das Turnai beginnt. Zwischen den beiden Mannschaften wurde eine klare Grenze gezogen. Sie stehen einander gegenüber und verhöhnen sich wechselseitig. Während sie ihre Ausrüstung überprüfen und Pläne flüstern. Im Hintergrund werden die Pferde vorbereitet, die Viren und Schnauben. Es wird ein Tag voller brutaler Vernichtung werden. Meine Mannschaft wird die Bande von Aufschneidern und unter Lord Hugo mit Sicherheit besiegen. Bin ich der Anführer auf unserer Seite? Lord Randall Tarly? Lord Hugo Grandison? Wieso gibt's hier nicht mal ein paar bekannte Namen, Mensch? Nimmt keiner denn sonst teil? Ich denke, wir werden weiterhin auf Triumph spielen. Der Ruhm wird unter sein. Auf geht's. Auf Visenjas Hügel. Das Turnai tobt und beeutelt mich schwer. Ich werde hin und her geschleudert, während ich versuche so gut auszuteilen, wie ich einstecken muss. Schwerter fahren durch Rüstungen, Späre prallen, klirren dann den Buckeln von Schildern ab. Einer dieser Waffen saust in mein Sichtfeld. Der Hieb zielt auf meinen Kopf. Ich schaffe es gerade noch ihm entgegen, indem ich ihn mit meiner eigenen Waffe umlenke. Ein glücklicher Ausgang. Ich drehe mich um und will zum Gegenschlag ausholen, als mir auffällt, dass mir meine Waffe aus der Hand geschlagen wurde. Sie ist im Staub gelandet, wo sie nun von den angestrengten Kompetenten mal hierhin, mal dorthin getreten wird. So, das ist ja Herzban, unser Schwert, unser Schwert aus valyrischem Stahl. Herzban ist das angestammte valyrische Stahlschwert des Haustali. Es ist ein zweihändiges Großschwert, das sich seit 300 Jahren, vor Aegons Eroberung, im Besitz der stolzen Marshalords befindet. Nicht schlecht. Ihr holt sie euch erfolgreich wieder. Die Waffe wird noch weiter weggetreten. Ja, das versuchen wir auf jeden Fall. Ah, meine Waffe! Herzban! Ach, wir haben sie. Ich hab sie wieder. Niemals werde ich dieses Stück unserer Familiengeschichte im Staub lassen. So. Nach einem Passierangriff auf einen Gegner zügele ich mein Pferd und stürze wieder ins Getümmel. Als ich mich nähere, stürzt eine Gestalt von einem Reittier überrumpelt von einem Schlag eines Gegners hinter ihr. Scheinbar unverletzt schaut sich Dagon gehetzt nach seinem Reittier um, doch es ist aufgeschreckt durch den Lärm längst weg. Ich nähere mich ganz vergessen von seinen Notlagen. Äh, ganz versessen auf seine Notlage. Aus dem Sattel sieht er so klein aus, so wehrlos. Ein Außenstehender würde vielleicht sagen, dass es nicht ehrenhaft ist, doch mitten im Getümmel gibt es nur wenig Ehre. Braucht ihr Hilfe? Was? So sei es, so sah. Wir werden das angemessen klären zu Fuß. Ja, das passt doch zu Tali. Wir haben schon so viel Tapferkeit und Gerechtigkeit, dass wir ihn jetzt nicht einfach niederreiten, sondern wir werden das angemessen klären. Zu Fuß nämlich. Ich steige ab. Nehmt eure Waffe, Dagon. Wir kämpfen jetzt. Ha. Und ich gewinne. Ich setze mich im Duell gegen ihn durch. Kleine Märchen. Bei einem Sportereignis in einer Menschenmenge zu sein, kann ein wahrer Genuss sein. Die Atmosphäre, der Klang und alles, was es zu sehen gibt. Das einzige Abträgliche ist, dass es manchmal genauso viele Nachteile wie Vorteile mit sich bringt. Ein solcher Nachteil ist gerade eingetreten, als ich mich hinter einem hohen und breiten Wuchs von Jonas gefangen sehe. Ich lehne mich erst in die eine, dann in die andere Richtung, doch seine schiere Größe verdeckt meine Sicht fast vollständig. Ich seufze laut und wippe mit dem Fuß. Jonas rührt sich nicht. Jubel ertönt, als etwas Großes und Aufregendes geschieht. Meine Wut steigt. Aber ich kämpfe doch mit. Ich bin doch nicht bei den Zuschauern. Ihr werdet euch niederknien lassen, damit ich endlich etwas sehen kann. Ihr erhaltet die Eigenschaft verwundet. Was? Kommt einer Realität mit Lord Jonas näher. Könnt ihr bitte zur Seite treten? Nicht so wichtig. Hier. Könnt ihr bitte zur Seite treten? Er lehnt ab. Ganz toll. Daneben nicht. Die Schatten werden mit jeder andauernden Minute des Kampfes länger und länger, während das Getümmel mit jedem davon hinkenden Teilnehmer schrumpft. Während ich mein Pferd antreibe, denke ich an die bisherigen Ereignisse zurück. Zum Beispiel daran, als ich durch das Turnier galoppierte und sah, wie andere von ihren Pferden fielen. Die Ereignisse spitzen sich zu. Jetzt ist die Gelegenheit, diesen Wettbewerb meinem Stempel aufzudrücken. Ich werde einen Sieger ringen, der eine Soldaten würdig ist. Folgt mir zum Sieg. Vielleicht werden wir hier sie herlocken. Ne, wir machen das. Ich werde einen Sieger ringen, der eine Soldaten würdig ist. Der finale Schlag. Was die List angeht, so war das nicht gerade meine beste. Verdammt. Sowohl ich, obwohl ich unsere Lage nicht als verheerend bezeichnen würde, könnte die gegnerische Mannschaft, die unser Zentrum durchstößt und sich auf unsere ungeschützte Lager zubewegt, durch den Todesstoß für unsere Siegesaussichten bedeuten. Den Todesstoß bedeuten. Ja. Es ist fast unmöglich zu sagen, welche Seite sich am ehesten durchsetzen wird. Es ist doch alles möglich. Ich kann sehen, wie die Herolde beginnen, auf das Feld zu kommen, um das Ende der Veranstaltung anzukündigen. Bald ist es vorbei. Die letzten Meter. Vorwärts, Männer. Vorwärts. Auf. In den Kampf. Okay, was ist jetzt passiert? Panfahre, da schallen die Menge Lärm. Die Teilnehmer versammeln sich. Der Wettbewerb ist vorüber. Ein Herold tritt hervor. Nach zahlreichen Prüfungen, einigen Beschwernissen und noch vor allem anderen, einem mit viel Herz geführten Wettstreit, stehen die Sieger fest. Die Mannschaft von Lord Randall Tarly hat die Mannschaft von Lord Hugo in diesem Wettbewerb geschlagen. Gut gespielt, ihr alle. Zeit zum Feiern. Ha. Wir haben gewonnen. Wir sind Tournei-Sieger. Kriegsführung plus drei, oha. Sehr schön. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Als nächstes gibt es den Ringkampf. Ich würde sagen, jetzt können wir doch mal ein bisschen feiern. Wir gehen in die Taverne. Kommt. Ich bin jetzt nicht der feste Feierer, aber jetzt einen guten Schluck. Machen wir. Das örtliche Gasthaus ist voll bis unter die Decke. Wie es nicht anders zu erwarten ist, wenn ein Turnier in Königsbund stattfindet. Zwischen all den Neuankömmlingen sitzt jedoch ganz offenkundig hier gewissermaßen zur Einrichtung gehörend. Und jemand? Sie beäugt mich misstrauisch, als ich mich setze. Was treibt ihr denn hier? Plastet schließlich aus ihr heraus, als mein Getränk eintrifft. Ich wende mich ihr zu. Sie erhebt sich schwankend. Verzeih mir meine Mutmaßungen, Herr. Eine überkandidelte und doch verächtliche Verneigung unterstreichelt diese Bitte. Unter streicht diese Bitte. Ich gehe allerdings davon aus, dass ihr nicht einmal die Hälfte hiervon schaffen würdet. Geschweige denn alles. Das ist mehrere. Her mit dem Pumpen. Hofgestochen. Für zehn Jahre Meinung Landbesitzer Vassallen. Oder unsere Punkte sinken ein bisschen. Ah, egal. Ich lasse mich jetzt einmal hinreißen. Aber wirklich? Ich kriege das hin. Her mit dem Pumpen. Ah, verdammt. Unsere Punkte sinken stark. Oh, oh. Jetzt müssen wir uns mal noch irgendwie qualifizieren. Sonst sind wir beim Ringkampf leider nicht dabei. Ich muss noch einmal die Musik ein bisschen leiser machen. Das ist leider so, dass die Musik der Mod immer viel lauter wird als die eigentliche Musik. So, und jetzt ist es nämlich wieder weg. Jetzt kann ich wieder lauter machen. Ich will ja euch eigentlich die schöne Game of Thrones Musik hören lassen, aber das ist noch so ein kleiner Nachteil. Aber zurück zum Turnier. So, in 20 Tagen können wir hier nochmal was... Ja, wir müssen nochmal zur Turnierinlage. Wir müssen uns ja doch noch qualifizieren. Verdammt. Der Alkohol hat mir ja ein bisschen ein Problem. Einen Strich durch die Rehnung gemacht. Lebhafte Geräusche hören wir. H2-stämmige Ringer. Eine schöne Schau liefern sie uns hier. Ich nenne das ja den königlichen Knotner, schreit er, bevor er seinen Gegenüber hochhebt und ihn zu Boden wirft, was dieser sofort zum Aufgeben bringt. Wieder einmal siegreich, freut sich der Sieger. Aufregend. Ihr solltet ihre Techniken studieren. Ja. Das finde ich gut. Wir studieren die Techniken. Oh ja, da steigen unsere Qualifikationschancen wieder. Ach, Gott sei Dank. Äh, den Göttern sei Dank. Ich meine, ich weiß nicht, ob Ringkampf unter unserer Würde ist, aber gegen andere Lords Ringkampf zu machen, können wir schon mal. Können wir schon mal tun. Ich glaube, nach dem ganzen Alkohol sollten wir uns jetzt mal wieder uns auf die Götter besinnen. Ein Omen, ein Zeichen. Ich höre Gestreile aus der Septe, als ich mich der Tür nähere. Tilda stolpert auf mich zu und deutet auf den Himmel, Als ich ihrem wilden Blick folge, sehe ich es auch. Ein Mond. Da ist noch ein Mond. Ich habe in den alten Archiven davon gelesen, fährt sie fort. Er kündigt etwas an, doch was? Hm. Mein Sieg? Abergläubisch. Das Leben dieser Charaktere findet von einem Glauben daran bestimmt, dass es übernatürliche Einflüsse gibt. Tja, sind wir, werden wir abergläubisch? Monde stehen für Reichtum. Nein. Die perfekten Umrisse zweier enthaupteter. Das bedeutet gar nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, Randall Tali ist schon ein logisch denkender Mensch. Ne, das bedeutet nichts. So, er ist nicht so abergläubisch. Er glaubt an die Götter, aber jetzt nicht so stark. Laut Robin bezahlt 5 Gold an König Robert. Ja, wann treffen wir mal auf König Robert eigentlich? So, der Ringkampf beginnt. Rings um uns herum, äh, rings um den Sand, wärmen sich die Teilnehmer mit nackten Oberkörpern für ihre Kämpfe auf, während der Herold den Beginn des Wettkampfs verkündet. Einige der Wettkämpfer reiben sich mit Erde ein, andere entscheiden sich für Öle, alle auf der Suche nach einem knappen Vorteil in den kommenden Kämpfen. Die Qualifikationsrunde ist zu Ende und es ist klar, wer ins Viertelfinale kommt. Der Gegner für meine erste Paarung steht fest. Mein Mitteilnehmer, Lord Baelor, aus dem Hause Rolfhurt. Der Fluss fließt stets weiter. Was für ein Name für die Familie. Äh, ich habe eine Wette zu platzieren. Hm, ja. Ah, wir können nicht viel Geld gewinnen. Ah, komm, egal. Wir setzen auf uns selbst. So, eine wilder Schulterstoß von Baelor kracht mir in den Brustkorb und ich gehe zu Boden. Doch er setzt nicht mit einem Haltegriff nach und das durchaus aus gutem Grund, da meine Faust genau dort blitzschnell durch die Luft zaust, wo sonst sein Kopf gewesen wäre. Das Abtasten in diesem Kampf ist ganz offenkundig vorbei. Wir kreisen umeinander vorsichtig. Baelor zeigt den Anflug eines gerissenen Grinsens. Er isst die Ruhe vor dem Sturm und ein schlauer Ringer nutzt diese Augenblicke, um sich eine Strategie zurechtzulegen. Konzentrieren wir uns auf den Schwitzkasten oder arbeiten wir lieber mit Körpergriffen? 77% Chance. 66, ich würde sagen. Bringen wir ihn einfach zu Boden. Das ist sogar eine 88%-ige Chance. Hm. Hier könnten wir halt auch moderat... Wir arbeiten mit Körpergriffen. Es klappt einigermaßen gut. Naja, immerhin. Die Menge verlangt nach Blut, als ich nach vorne taumle, um mich meinem Gegner erneut zu stellen. Ich wische mir ein rotes Rindzahl von der Stirn und denke über den bisherigen Kampf nach. Der Kampf ist so knapp, so knapp. Ein Fehler von meiner Seite könnte den Kampf sofort beenden. Diese Leber sieht verletzlich aus. Ich glaube, das ist die beste Chance, die Leber. Vorwärts! Ich schlage zu! Und? Ich versuche, meinen Gegner zu werfen, doch werde jedoch bei dem Versuch selbst umhergeschleudert. Ich lande hart. Luft verlässt meine Lungen mit einem Stöhnen. Ich wechsle sofort in die Defensive und versuche, nicht festgenagelt zu werden. Einen Moment später gelingt es mir, Balor zu überraschen. Ich setze mich in Bewegung, drücke ihn fest auf den Boden und halte ihn mit einem eisernen Griff fest, während er vergeblich versucht, mir zu entkommen. Die Kampfrichter verkünden das Ende der Partie. Auch diesen Wettkampf habe ich gewonnen. Wenigstens den Vorwettkampf. Das war das Viertelfinale. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht weiter gegen Lord Tremont Gargalen. Hoch aufrecht stehend. 34 Kampfgeschick. Der ist tatsächlich so gut wie wir. Wir haben 38, also. Aber ich kann das schaffen. Vorwärts. Ich kann das schaffen, Freunde. Mir fällt auf, dass jedes Mal eine kleine Staubwolke unter dem rechten Fuß von Tremont aufgewirbelt wird, wenn er einen Schritt macht. Es ist fast, als würde Tremont leicht rumpeln. Hm, jetzt habe ich euch. Tremont führt ein Täuschungsmanöver durch. Ich kämpfe meinen eigenen Kampf. Ja, ich würde sagen, wir probieren es mal. Jetzt habe ich euch. Verdammt. Unsere Punkte sinken moderat. Das könnte bedeuten, dass wir jetzt leider ausfallen, dass wir es nicht mehr schaffen können. Die Menge verlangt nach Blut. Ich verliere. Und zwar mit beträchtlichem Vorsprung. Es ist ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage. Doch noch ist nichts entschieden. Wir probieren wieder einen Schlag gegen die Leber. Ah, zack. Ich habe noch einen Schlag ausgeführt, aber es hat, glaube ich, nicht gereicht. Der Ringkampf ist nicht meine Stärke, wie es scheint. Eine Hand auf seiner Schulter, ein geschickter Tritt und ein gewaltiger Stoß. Wir fallen zu Boden. Alles, was zu hören ist, ist mühsames Atmen. Und weiter weg das Brüllen der Menge. Ich klettere auf meinem Kontrahenten und versuche, meinen Vorteil zu nutzen. Wenige Augenblicke später überrascht mich Tremont. Als ich vergeblich versuche, Halt zu finden, wirft er mich mit voller Wucht davon, sodass ich aus dem Ring in den Dreck stürze. Die Kampfrichter verkünden das Ende der Partie. Ich habe leider verloren. Schade. Godfrey und Ryman sind im Halbfinale. 42 Kampfgeschickt. Das ist wieder Godfrey Lux. Gegen den haben wir schon mal gewonnen. Und Lord Ryman, der Lord der Würfelrin. Haus Lux. Die Gerechtigkeit des Vaters ist für uns der Hammer. Haus Rinn. Bei Heldenmut und Liebe. Ein feiner Wettbewerb. Lord Godfrey schlug Lord Ryman. Ach, ich darf noch mal ins Finale? Nee. Ich stehe nur daneben. Lord Tremont. 34 Kampfgeschickt. Und Lord Godfrey. 42 Kampfgeschickt. Eine interessante Runde. Und wer gewinnt? Lord Tremont wird Lord Godfrey gegenübertreten. Und? Wer ist der Sieger des Ringkampfes? Na? Unentschieden. Eine Hand auf seiner Schulter, ein geschickter Tritt und ein gewaltiger Stoß. Sie fallen zu Boden. Der Kampf zwischen Lord Godfrey und Lord Tremont ist entschieden. Nach einem unbefriedigenden, einzeitigen Kampf zeigt sich niemand über den Ausgang überrascht. Godfrey erzielt einen klaren Schultersieg gegen Tremont. Dies bedeutet, dass Godfrey den Wettbewerb gewonnen hat. Feiner Wettbewerb. Lord Godfrey hat also den Ringkampf gewonnen. Gut. Nächstes Mal muss ich mich mehr anstrengen. Es gibt immer ein nächstes Mal. Wir haben die 10 Goldwette verloren, aber das ist ja nicht allzu schlimm. Als nächstes steht das Duell an. Da sollte ich dann diesmal nicht mehr in die Taverne gehen, sondern wirklich die Turnieranlage nochmal mir anschauen. Ha! Turnieranlage, ausgelassene Stimmung. Essen und Trinken gibt es während des Turniers zur Freude der Teilnehmer reichlich und drei Bauern scheinen sich etwas zu teilen, was wie ein ganzes Fass Würzwein ausschaut. Ist das Dornischer Fusel oder ist das der gute Wein vom Arbor? Nimm das, Kirchenjunge, lallt einer der Betrunkenen und wirft schlaff seinen Becher auf den Menschen neben sich. Gilbert, Entschuldigung, Entschuldigung. Das Opfer hält die Hand vors Gesicht und wehrt den Angriff ab. Ich glaube, wir wollen uns da eigentlich nicht einmischen, ne? Äh, ha. Sie sind stürzbetrunken, es sollte ein leichtes Teil anzustacheln. Widerwärtig. Äh, ein fieser Kater, aber nur 10% Chance. Wir haben auch 20% Chance, dass es leicht steigt. Ich setze mich doch zu einem Becher Würzwein dazu. Verdammt, wir werden betrunken. Ah, ein fieser Kater für drei Monate. Wie ärgerlich. Und ich dachte, wir hätten gelernt aus dieser ganzen Alkoholgeschichte. Na gut. Dann, äh, wir sind betrunken. Und vielleicht sehe ich ja König Robert. Und kann ihm noch heimzahlen, dass er meinen Bruder in der Schlacht im Duell gedötet hat. Und, ja, vielleicht fahre ich dem König zum Duell hinaus. Ha, ha, ha. Aber mehr dazu beim nächsten Mal, beim nächsten Bericht von Lord Randall Tarly. Und wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut auch gerne in mein Let's Play mit Lord Peter Baelish hinein.